So, herzlich willkommen. Wir waren eben gerade nochmal in der Werkstatt. So sieht er jetzt aus. Ja, kann man machen. Ist irgendwie noch nicht ganz meins. Also irgendwas, wisst ihr, muss noch. Aber mal gucken, wir können das ja immer mal wieder entwickeln und gucken. Und hier und da und was weiß ich. Wenn mal wieder so ein enges Rennen kommt, wisst ihr schon, ne? So. 200, genau. Dann machen wir hier mal weiter. Und machen mal weiter. Ah, jetzt haben wir wieder einen Ladebildschirm. Ja, komm. Lass uns den Ladebildschirm gemeinsam genießen. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr bei den Stilen für die Fahrzeuge. Weiß nicht, was da noch kommt und so, aber es wäre schon cool. Ja, ich bin da nicht sicher mit den Reifen. Es sieht schon ein bisschen robuster aus und so, aber... Ja, mal gucken. Ich habe wieder nicht auf die Sachen geachtet. Naja, egal. Wird schon irgendwie werden. Wow, in den Sonnenuntergang rein. Ob das hier immer ist? Wow. Kommt die denn jetzt alle her? Was ist das denn hier alles, ey? Also das ist jetzt sicherlich... ...ne interessante Sache. Wow. Okay. Vielleicht probiere ich mal das andere Ding dann aus. Wow. Achter. Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich hinten keinen Schutz brauche. Vier sehe ich. So. Wo geht es jetzt links lang? Also wo ist denn links? Da ist links. Ich glaube, links ist meins. Wow. Also da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen was tun. Aua. Ja. Okay. Vielleicht, dass wir kurz mal schauen. Wir machen mal etwas weicher. Wir nehmen die Höchstgeschwindigkeit. Beschleunigung ist gut. Differenzial. Und das ist eine neue Strecke, ne? Ja. Und das ist eine neue Strecke, ne? Und das ist eine neue Strecke, ne? Ich hätte es neu setzen können und so weiter. Aber dann wären die auch an mir vorbeigefahren. Aber spannend. Wir werden auf jeden Fall hier immer rausfahren. Und mal gucken. Du Inteest, nee? Nein. Wow! Ja, das muss ich noch genauer lernen, aber so habe ich jetzt schon mal einen ganz guten Überblick. Das war der ehemals erste. Da sind die ersten beiden. Ja, nee, das müssen wir noch lernen. Das habe ich gerade gelernt. So rum. So. Gucken hier. So rum. 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 ich wollte den grünen weg snacken aber war nicht clever gemacht die war schon clever gemacht aber der grüne ist ja schon clever hier der fährt jedenfalls so und der klassiker nicht einfach aber deswegen fahren wir es ja Mistdinge da Mistdinge du hast halt sofort drei weitere die dich dann angreifen ja das ist wieder so ein klassisches ding boah ey das ist wieder so ein klassisches ding wo du auf den ersten gehen musst eigentlich scheiße der hat mich jetzt hier rein gedrängt ich glaube ich muss langsam auch mal ein bisschen kleine pause machen ich glaube ich bin ja Schlauhe! Schlauhe! Gott, das ist so ein Scheißrennen. Oh Gott. So, wo ist denn jetzt hier das Ziel, bitteschön? Danke sehr. Oh, geht auch. Hacklig. Man muss das ein bisschen üben. Aber nicht, also es ist schon interessant. Und es ist ja auch dafür gemacht, dass du halt ein bisschen was mitnimmst. Aber ich merke langsam, ich sollte langsam vielleicht auch dran denken, mal jetzt einen Gang runterschalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, gucken wir mal. Ja, vielen Dank erstmal, dass du dabei warst. Ich schalte jetzt mal auf den nächsten Startbildschirm. Also nicht immer den hier, sondern tatsächlich sozusagen jetzt hier auf den, der da kommt. Ja, muss jetzt nicht miterleben. Wir starten ein neues Spiel und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschö.